In Kapitel 20 gibt es wieder nur einen einzigen Schatz und zwar einen Goldbarren. Dreht euch dazu gleich am Anfang des Kapitels um und zwischen den Palmen und einem Felsen könnt ihr euch das goldige Teil sichern. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein wenig weiterhelfen und freue mich, wenn wir uns bei einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis denne dann, bye bye.